So, herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Interviewreihe mit Stefanie Andersson, einer Hochzeitsfotografin, aktuell aus Düsseldorf. Und die liebe Steffi ist heute bei mir im Atelier zu Besuch und wir klären mal so ein paar Fragen zum Thema Hochzeitsfotografie, die ich und bestimmt ihr euch auch schon des Öfteren gestellt habt. Und eine Frage, die des Öfteren aufkommt, ist natürlich, worauf sollte man bei der Wahl des Hochzeitsfotografen achten? Also, wie kann ich sicherstellen oder wen will ich, wen wähle ich, worauf muss ich achten? Gute Frage, schwierige Frage, wie ich finde, weil erstmal ist es natürlich davon abhängig, was möchtet ihr. Sind euch Fotos wichtig oder sagt ihr, ja, es ist nice to have oder wir möchten halt irgendwie Fotos. Das macht schon mal einen großen Unterschied. Und wenn ihr sagt, ja, uns sind Fotos super wichtig, dann sollte man auf jeden Fall auch als allererstes mal sagen, ich stecke mir ein Budget und sage, okay, gute Fotos haben eben auch einen Wert und deswegen brauche ich auch ein bestimmtes Budget, dass ich da investiere in gute Fotos. Weil wenn man sagt, ja, gut, ich möchte schon Fotos, aber es ist mir nicht so wichtig, dann reicht vielleicht auch ein kleineres Budget. So, das ist schon mal so ein Punkt, wo ich sage, der ist wichtig. Ja, seid euch klar darüber, ist es für euch wichtig oder nicht? Weil das ist, glaube ich, sehr individuell abhängig. Und wenn ihr das quasi so ein bisschen im Hinterkopf habt, dann geht es natürlich auf Geschmack zum einen und Persönlichkeit zum anderen. Es gibt so viele unterschiedliche Stile in der Hochzeitsfotografie, da würde ich mir einfach so ein paar unterschiedliche Sachen raussuchen. Was wäre denn jetzt so die erste Anlaufstelle, um Hochzeitsfotografen zu finden? Google ich dann, gebe ich dann einfach bei Google ein Hochzeitsfotograf, weil dann werde ich ja vermutlich bombardiert mit Zeiten. Wo wird man das nicht? Ja, das stimmt. Also, ich glaube, das ist auch wieder sehr persönlich abhängig. Es gibt ganz, ganz viele Bräute, die so viel Zeit auf Instagram verbringen und da quasi suchen. Es gibt tatsächlich auch welche, die über Pinterest gehen. Man glaubt es nicht, aber ist so. Oder eben die Webseite, andere informieren sich über eine Messe und so weiter. Aber egal wo, man wird natürlich immer bombardiert. Man hat so viel Auswahl, so viele Eindrücke. Ja, aber ich glaube, wenn man einfach mal so sagt, ich schaue mal, was gibt es denn für Stile? Eher klassisch, eher heller. Wie schaut die Bildsprache aus? Wie wird fotografiert? Ist es eher so ein Reportage-Stil, wie ich den mache? Ist es eher gestellt? Ist es eher so ein bisschen ein älterer Stil? Ja, traditionellerer Stil? Oder ist es super modern? Ist es jetzt gerade unheimlich modern? Dieser Moody-Look eher düster, eher ein bisschen entsättigter, ein bisschen härter im Kontrast? Oder ein bisschen bräunlicher gibt es auch ganz oft ins Bildern? Was ist das, was mir oder was euch gefällt? Und danach würde ich als allererstes mal quasi aussortieren, welcher Fotograf kommt in die Frage und welcher nicht. Weil nicht jeder macht quasi den Stil, der euch gefällt. Man hat einen Stil als Fotografen, ich habe auch einen Stil. Ich kann natürlich auch anders bearbeiten, aber das macht ein Fotografen. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Authentisch und hell, modern. Ja, also ich bin tatsächlich eher von der Bearbeitung her klassisch, hell, zeitlos würde ich es tatsächlich beschreiben. Ich habe jetzt keinen Look, der jetzt gerade unheimlich modern ist, der aber vielleicht nächstes Jahr dann wieder nicht mehr modern ist, sondern eher eine Art Bildlook, von der Bearbeitung her, der noch in 50 Jahren gut tragbar ist. Gut, es bringt ja jetzt auch nichts, auf irgendeinen Zug mit aufzuspringen, nur weil es gerade super angesagt ist, aber man steckt da halt gar nicht zu 100% drin. Nee, steckt immer nicht. Man macht sich als Fotograf dann schon auch Gedanken, weil die anderen Stile sind auch super schön. Und da denke ich mir so, ja, vielleicht sollte ich doch auch mal ein bisschen ändern. Und das wird ja so. Aber ich habe meine Art. Und ich finde, der eigene Stil, der wird ja auch gefunden. Genau. Also der entwickelt sich ja mit der Zeit, mit der Arbeit, die du jetzt lang gemacht hast. Und dann manifestiert der sich ja quasi von alleine, würde ich jetzt fast sagen. Und da dann von abzuweichen, nur um krampfhaft in irgendeinen Trend zu passen, finde ich schwierig, weil du dann auch nicht sonderlich authentisch wirkst. Und wenn du dann in einem Jahr wieder umschwenkst und hast dann einen ganz anderen Bildstil, man weiß nicht, was man bekommt. Man weiß nicht, was man bekommt. Und wenn man von Authentizität spricht, ist schwierig, ne? Genau. Also man macht sich einfach Gedanken, weil die anderen Bilder sind halt eben auch schön, aber man muss sich halt wirklich bewusst werden, passt das zu mir, bin ich das? Und möchte ich das auch noch so in zwei, wie gesagt, zwei, drei Jahren machen? Und da wären wir auch beim nächsten Punkt, ja. Schaut dann auch, hat der Fotograf einen konsistenten Bildstil, eine konsistente Bildsprache. Wenn der auf seiner Website oder auf Instagram einmal hell, einmal dunkel, einmal, ja, also unheimlich unterschiedliche Bildstile präsentiert, dann ist entweder was faul, weil er zum Beispiel, also ganz viele Neueinsteiger gehen auf Workshops, machen diese Workshops, sie bekommen quasi ein Paar gestellt, es ist schön gestylt, Lichtsituation wird alles vorgegeben und selbst die Bearbeitung hinterher wird auch noch gemeinsam gemacht. Man nimmt dann quasi den Bildstil mit von dem, wo man einen Workshop gemacht hat, dann geht man in den nächsten Workshop und dann wird wieder was anderes und kann wahrscheinlich die Retusche selber noch nicht so und da gibt es auf einmal einen Qualitätsabfall in den Bildern und das ist dann ganz unterschiedlich so von der Qualität und der Bildsprache her. Das sind Leute, die oftmals noch nicht so viel Erfahrung haben, Anfänger, Hobbyfotografen, die eben noch auf der Suche sind und wem Bilder wichtig sind, ich sage nicht, dass sie schlecht sind, aber wem Bilder wichtig sind, der sollte schon darauf achten, weil da, das ist schon so ein bisschen ein Indiz, für mich zumindest, wo ich sage, der hat sich noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, als Brautpaar oder als Kunde, bekomme ich jetzt das Helle oder das Dürbchen. Deswegen finde ich das schwierig zu bewerten. Also das wäre für mich ein wichtiger Punkt jetzt bei der Suche von Hochzeitsfotografen, dass man das eben beachtet. Und für mich und das, was ich auch am meisten meinen Brautpaaren sage, also einer der wichtigsten Punkte, abgesehen von dem Stil, der natürlich gefallen sollte, das ist natürlich Grundlage, so oder so, versteht euch mit dem Fotografen. Also ihr müsst ihr nicht heiraten, ihr müsst auch nicht Best Buddy werden, aber wenn ich eine Hochzeitsreportage mache, die fangen am Wochenende bei sechs Stunden an in der Saison und sechs Stunden sind sechs Stunden, ja, getting ready bis abends oder mit Feier, ja, 14 Stunden, ich habe viele Hochzeiten, die zwölf bis 14 Stunden gehen, das ist Zeit. Klar, es muss menschlich passen, ne? Genau. Also wenn man das Gefühl hat, da rennt jetzt irgendwer rum und du fühlst dich einfach gar nicht wohl mit dieser Person. Ja, also es muss einfach ein Feeling da sein. Hockt euch hin, ich biete auch immer kostenlose Vorgespräche, dann gerne mit einem Kaffee, ich habe ja schon gesagt, ich habe eine kleine Kaffeesucht. Oder Glühwein. Oder Glühwein. Ja, okay, wir können uns auch im Winter von Glühwein auch reden, sehr gerne, aber man setzt einen Kaffee und lernt einfach den Fotografen kennen, gerne auch einfach mal so belanglose, private Gespräche, ja. Wie tickt der denn? Was hat er für Vorlieben? Wie ist der menschlich drauf? Also auf einer Welle quasi. Genau, könnt ihr euch unverkrampft locker mit dem unterhalten, passt das oder nicht. Es ist so, ja. Also um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Vier Punkte. Die Budgetfrage sollte man klären. Genau. Wie wichtig sind dir, beziehungsweise was hast du am Budget für deine Foto? Wie wichtig sind dir Bilder? Ja, genau. Bildstil finden, was für ein Bildstil möchte ich haben. Genau, was gefällt dir? Was möchtest du am Bildstil haben? Genau. Wie professionell ist der Fotograf? Genau. Und passt es menschlich? Genau, passt es. Okay. Kann ich nachvollziehen. Ja, also ein ansässiger Fotograf um die Ecke, der da schon 20 Jahre ist, der alles bedient, der kann Hochzeiten, also rein logisch, der kann Hochzeiten trotz seiner Erfahrung nicht so gut fotografieren, wie jemand, der sich wie ich auf Hochzeiten spezialisiert hat. Weil ich mache nur Hochzeiten, ja. Ich lerne jedes Mal dazu, ich entwickle mich. Aber man weiß ja dann auch vielleicht nach einer Zeit, was jetzt kann passieren. Muss nicht passieren, aber was kann schief gehen, wie kann man dem vorbeugen? Genau. Oder wie kann man dann das Ganze, du bist ja Profi, auch in stressigen Situationen, kriegst du dann nicht auf einmal Panik und sagst, um Gottes Willen, jetzt ist alles hin, sondern wie kann ich trotzdem professionell mit der Situation umgehen und wie kriege ich das bestmögliche Ergebnis hier raus? Genau. Ja. Okay. Interessant. Ja, das waren so meine Tipps. Sollte man sich mal Gedanken drüber machen. Cool. Vielen Dank. Also, das ist Bescheid, die vier Faktoren, so vier, nicht vier, vier Faktoren sollte man bei der Wahl seines Hochzeitsfotografen berücksichtigen. Vielen Dank für deine Antworten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like oder einen Kommentar da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Ciao.